Jo yeah und willkommen 3 Tage nach dem Giveaway Stream Und ich habe im Stream 5 Überkissen aufgemacht und ganz viele Items daraus verschenkt Und jetzt sind die Items nicht mehr gebunden Und da wollte ich einmal ganz kurz nochmal ein kleines Review von dem Stream machen Wie ich das ganze fand und auf wie viele Credits wir am Ende eigentlich gekommen sind Also hier seht ihr einmal die ganze Liste die ich ja im Stream angefertigt habe Mit den Leuten die das gewonnen hat Und nach der Reihenfolge werde ich das ganze auch gleich verschicken Und ich habe das ganze nochmal in einer Excel Tabelle gemacht Um auch nochmal zu schauen wer am meisten bekommen hat Und damit ich selber ein bisschen Überblick habe Wie viel da jetzt eigentlich Also Fangen wir mal damit an wer denn überhaupt am meisten gewonnen hat Der Active hat also nur in Items in Credits habe ich das dann umgerechnet Hat einen Wert an 71 fast 72 Millionen Credits gewonnen Der Jan Alpha 57 fast 58 Millionen Brownie Kuchen hat 42 Millionen Und Sami Spiele aber ist bei knapp 36 Millionen Credits Ja kann man schon sagen da sind einige recht schnell gewesen Und hier sind auch nochmal alle Items die die Person gewonnen haben Und dann werde ich das alles gleich mal losschicken Wir sind insgesamt auf 317 Millionen Credits gekommen Die ich in Item Wert verschenkt habe Das ist ne Menge Für mich sind etwa Etwa 100-120 Millionen übergeblieben von den Items die ich für mich beiseite gelegt habe Und ja Einmal Gratulation an den Gewinner Und einmal ein großes Dankeschön an diese ganze Teilnahme Das war echt großartig Hat Spaß gemacht Wir hatten durchgehend über 17 Zuschauer Und das Video hat ja auch mittlerweile jetzt schon 250 Videos Das ist auf jeden Fall ganz gut würde ich sagen Und ja Ich werde jetzt die Items verschicken Wundert euch nicht wenn ihr 3 oder 4 Nachrichten bekommt Ich mache das immer nach den Kommentaren die in dem Chat kamen Ich habe auch in SVTor Das ist die ganze Frachtnahme mit den Items Ich denke habe ich das nach Dieser Reihenfolge habe ich das Beanspruch dass ich das Nach dieser Reihenfolge hier So Also Viel Spaß beim Zoom Ich habe auch in der Mitte Untertitelung. BR 2018 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 Ach du Scheiße Mann, ich hab's gar nicht gemerkt, dass ich gestreamt hab. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018